Yo Leute, willkommen zu diesem Kanal-Trailer. Ich bin Freezel bzw. Tobias, bin 16 Jahre alt und gehe bald auf einer Berufsschule. Auf meinem Kanal mache ich hauptsächlich Minecraft PvP, das heißt zum Beispiel Survivor Games, Bad Wars, Sky Wars etc. Ich bringe aber auch Jump'Run-Sachen wie Jump World und so weiter. Ja, auf meinem Kanal wird es ab und zu auch mal ein paar Vlogs geben. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, werde ich ein bisschen was filmen und dann einfach mal hochladen. Ja, ich habe noch einen zweiten Kanal, dort kommen andere PC-Games. Aber auch nicht so regelmäßig, das heißt hier lade ich wirklich täglich Videos hoch. Doch meistens kommt es in der Woche so zwischen, also im Werktag sozusagen zwischen 15 und 16 Uhr. Außer ich habe mal Ferien, dann kann es schon ein bisschen früher werden. Und am Wochenende sonst zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr würde ich sagen. Und ja, so kommt das halt immer. Das ist eigentlich bei mir fast immer so und dann könnt ihr auch immer auschecken und wisst genau, wann die Videos von mir kommen. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier gerne weiter Videos bringen. Ich mache YouTube nur aus Spaß, Leute. Also ich will damit jetzt nicht mega Fame ergeiern oder so, sondern ich mache wirklich YouTube nur aus Spaß. Und ich hoffe, ihr schaut mal bei meinem Kanal vorbei, guckt euch das ein oder andere Video an, seid aktiv. Ja, keine Ahnung, könnt ihr mal irgendwie ein paar Kommentare schreiben oder die Videos liken. Dann merke ich immer, dass euch meine Videos gefallen. Ja, und ich bin auch für Verbesserungsvorschläge offen. Das heißt, dann könnt ihr auch mal gerne immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr Verbesserungen für mich habt. Damit habe ich kein Problem. Ich bin offen für Verbesserungsvorschläge. Dass ich mich oft wiederhole, weiß ich. Und dass ich mich auch ab und zu mal verspreche, weiß ich auch. Da entschuldige ich mich auch immer für den einen oder anderen Versprecher. Aber da kann ich nichts machen, so bin ich halt. Und ja, ich mache schon YouTube seit circa einem Jahr jetzt, was Minecraft angeht. Ja, nicht ganz ein Jahr, so, ich sage mal so, elf Monate oder so. Aber trotzdem schon fast so seit einem Jahr Minecraft PvP. Und es macht mir auch alles sehr, sehr viel Spaß. Ich bin jetzt nicht der bombastischste PvP-Spieler, aber ich bin jetzt auch nicht schlecht. Also ich würde mich so als durchschnittlichen Spieler von Minecraft PvP einstufen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Kanal-Trailer. Checkt doch mal die ein oder anderen Videos aus. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Spaß daran. Auch wenn ich manchmal nicht so klinge, so ist meine Art. Manchmal so ein bisschen, um mich hinzuschwafeln sozusagen. Das ist halt einfach nur meine Art. Ja, Streaming mache ich übrigens auch. Das mache ich aber auf YouTube. Das heißt, da streame ich auf YouTube ein bisschen. Dann werde ich auch immer direkt benachrichtigt von YouTube in der Abo-Box oder so, wenn ich streame. Und falls ihr mal den einen oder anderen Stream verpasst, werde ich ihn auch mal hochladen. Ja, das erkennt ihr meistens immer an dem Thumbnail. Ich habe jetzt noch nicht vor, das großartig zu ändern. Das ist fast immer das gleiche Thumbnail. Daran erkennt ihr immer, dass es ein Stream ist. Und natürlich an der Länge des Videos, Leute. Ja, ich will euch gar nicht so viel vorab wegnehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, vorher, also wie ihr schon gesehen habt, vorab am Anfang des Videos so ein paar Sachen, die ich nicht immer mache, sozusagen reingeschnitten. Das heißt, einmal auf meinem zweiten Kanal ein paar Videos. Da konnte ich ja, wie gesagt, nicht so regelmäßig Videos. Und halt ein paar Vlogs. Die mache ich ja auch nicht so extrem regelmäßig. Nur wenn halt was Großes wie Urlaub ansteht. Diese Sachen habe ich euch mal reingeschnitten, dass ihr euch davon ein Bild machen könnt und die euch auch mal anschauen könnt. Ähm, ja, aber sonst habe ich im Hintergrund halt ein Gameplay gepackt, wie es für mich eigentlich üblich ist. Also ich mache ja immer gern Minecraft-Pvp-Videos und mit Stimme natürlich alles. Das kam jetzt vielleicht mal ein bisschen falsch rüber, weil ich fast immer Musik hinterlegt habe. Aber ich finde, dass Musik einfach schön. Musik ist wirklich so ein Teil meines Lebens. Ähm, ja, also so vielleicht nur dazu. Ich will euch nicht so viel vorab wegnehmen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so ein großes Best-of oder so geschnitten. Hätte ich vielleicht noch machen können. Kommt vielleicht auch noch. Aber das war es jetzt erst mal von diesem kleinen Kanal-Trailer. Er musste auf jeden Fall mal her. Für alle neuen Zuschauer willkommen auf meinem Kanal. Hoffentlich habt ihr viel Spaß auf meinem Kanal und bleibt noch ein bisschen hier aktiv. Bis dann, Leute. Schaut meine anderen Videos an. Schaut meine Streams an. Ja, ihr könnt auch gerne mit mir zusammen zocken oder mich auf Skype adden. Habe ich kein Problem mit. Hoffe, euch hat es dieses Video gefallen. Bis dann, Leute. Und ciao.